Moin Leute, da sind wir wieder. Ja, zwei Sachen habe ich für diese Folge. Einmal, ich war im Kino mit guten Freunden und wir haben uns ein Märchen angeguckt. Und zwar haben wir uns angeguckt Hänsel und Gretel, Hexenjäger. War ein sehr schöner Film, also ich kann den weiterempfehlen. Er wird nicht jedermanns Geschmack sein, da doch ganz schön viel Splatter-Effekte drin vorkommen. Also wer nicht so auf Blut steht, dem wird er nicht so zusagen. Aber wer einfach gutes Popcorn-Kino sehen möchte, für den wird das genau der richtige Film sein. Ja, also mir hat er wie gesagt gefallen, aber naja gut, was mir gefällt, das muss noch lange nicht jedem anderen gefallen. Und dann noch was anderes. Und zwar wurde ich von einem User angeschrieben, der meinte, ich möchte doch mal bitte auf seinen Minecraft-Server hinweisen. Das mache ich auch, aber unter Vorbehalt, also ich kenne den Server nicht, ich habe auf diesem Server nie gespielt. Ihr betretet diesen Server auf eigene Verantwortung. Ich werde den Server aber unter dem Video verlinken, auch mit welchem Mods da gespielt wird und wer da der Ansprechpartner ist. Also der Server heißt Syndia-Kraft. Und ich hoffe, ich habe es noch richtig im Gedächtnis. Der Ansprechpartner auf diesem Server ist Molo1Molo. Ich hoffe, das war so richtig. Also wie gesagt, ihr betretet den Server auf eigene Gefahr. Aber ich denke mal, also so nett, wie der Kontakt da zustande gekommen ist, da wird schon nichts schief gehen. So, ja, wie gesagt, also ich habe auf den Kinofilm hingewiesen. Das wollte ich machen. Der ist nämlich echt klasse gewesen. Also mir hat er gut gefallen. Und ich habe auf den Server hingewiesen. Auch das habe ich gemacht. Mein Pensum ist erledigt. Ole, ole. So, vier Fackeln. Davon brauchen wir allerdings nur zwei. Denn wir müssen mal fix einen Repeater bauen. Und dann erkläre ich hier die Schaltung gleich mal noch ein bisschen. Das möchte ich nämlich auch noch machen. So, und ihr kennt das ja schon von mir. Mit dem ganzen Gebäude. Es muss natürlich auch erklärt werden. So, also die Itemrutsche. Hier kommen die Items an. Die fallen in diesen Trichter. Dieser Trichter ist mit diesem Trichter verbunden. Das heißt, wenn hier die Items reinfallen, werden die automatisch an diesen Trichter übergeben. Dieser Trichter, wenn denn hier ein Minecart mit einer Kiste stehen würde, würde das Ganze an das Minecart mit der Kiste übergeben. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es ist etwas im Trichter drin, also Loot von den Feldern. Dann seht ihr, ist die Power Rail nicht angetrieben. Das heißt, der Komparator geht an, das Redstone geht an und dann geht diese Fackel aus. Und das bedeutet dann hier, die Power Rail, die ist nicht mehr angetrieben. Wenn das Ganze dann, wenn der dann leer ist, der Trichter, dann gibt der ein Signal ab. Und zwar an diese Fackel. Diese Fackel betreibt dann wiederum die Power Rail. Schickt also unser Minecart, wenn denn nichts mehr in diesem Trichter drin ist, zurück. Gibt aber gleichzeitig über diesen Pulsverkürzer noch einen Impuls ab. Wir haben ja oben irgendwann mal drauf gedrückt und das Wasser läuft. Und als optisches Feature habe ich mir überlegt, ja, ich lasse das Wasser ganz einfach so lange laufen, bis dann hier unten das Minecart das ganze Graffel abgeholt hat. Und dann gibt es über diesen Pulsverkürzer einen Impuls zurück auf diese Leitung, was die Wasserfreilastleitung ist oder darstellt. Habe ich das jetzt aufgesammelt, das Redstone? Ich hoffe doch. Wir haben da nämlich nicht mehr so viel von. Und auf jeden Fall wird es hier eine Rückleitung geben. Die können wir auch schon mal anfangen, ruhig zu bauen. Das tut keinem weh. So, da nehme ich mal raus. Denn wir werden sowieso mit einem Repeater arbeiten müssen. Und das ist auch falsch. Denn wir müssen hier auch eine Überführung bauen. So, Ding, Ding. Und dann hätten wir das auch bald geschafft. So, und dann geht es zurück. Also wie gesagt, das Minecart fährt ab. Es gibt einen Puls. Und hier, zack, das geht dann hier rein. Und dann wird der Wasserfluss gestoppt. Das ist dann noch mal zusätzlich eine optische Meldung. Ah, der Erntevorgang, der ist abgeschlossen. Ja, wir können uns dem nächsten Feld zuwenden. Also mehr geht nicht. Also es wird zusätzlich natürlich auch noch eine Lampe, wird es noch auch geben. Also es gibt der Möglichkeiten. Viele, ähm, es gibt aber immer noch eine Fehlerquelle. Und zwar, die Lampe, die leuchtet dann immer noch. Weil erst wenn die ausgeht, heißt das, der nächste Erntevorgang kann eingeleitet werden. Und hier unten ist immer noch ein Minecart drauf. Das heißt, das Minecart ist voll. Verdammt, was machen wir da? Ganz einfache Lösung. Wir setzen einfach einen Block daneben. Nehmen einfach mal einen Schalter. So, und wir gehen jetzt mal davon aus, es sind noch Sachen drin. Und das Minecart würde jetzt natürlich mit der Kiste nicht losfahren. Niemals. Auch nach Stunden, Tagen, Wochen nicht. Und, äh, ja, wir kriegen den Trichter. Entweder nehmen wir es raus und machen ihn leer. Oder wir drücken hier auf den Knopf und schicken das Minecart zurück. Und, äh, schicken dann ein anderes runter. Dafür müssten wir dann aber wieder, äh, hochlaufen. Das ist so der Notfallknopf. Sollte man vorher natürlich immer ein bisschen drauf achten, dass man dann vielleicht nicht gerade ein volles Minecart losschickt. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das so meine Minimallösung für das Ganze. Ohne, dass wir da irgendwie, äh, großartig noch weiter rumtüfteln müssen. Ja, äh, hier bauen wir uns dann natürlich unsere Minecart-Strecke noch so ein bisschen rein. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir das Ganze umsetzen. Äh, ja. Verdammt, ich muss hier so viel überlegen. Das gibt's aber halt gar nicht. Diese ist übrigens soweit fertig. Da können wir, glaube ich, schon neue Steine reinbasteln, oder? Ja, können wir. Und die können wir rausnehmen. So, ding. Und, äh, ja, dann können wir hier weitermachen. Und zwar raus, 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 das raus, das raus, den raus, da, da. Und dann bauen wir noch mal die nächste Schaltung. Ja, ihr merkt schon, das ist, das ist gar nicht so einfach. Einerseits wollte ich die Servervorstellung, äh, nicht, äh, vergessen. Denn da bin ich ganz lieb drum gebeten worden. Und wenn man mich, äh, lieb um etwas bittet und nicht hier so, äh, 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 mach mal bla und hast du nicht gesehen, sondern wirklich mal irgendwie, ne? Also, es darf ruhig nett sein. Dann bin ich dazu auch gerne bereit. Da habe ich dann gar kein Problem mit. Halt, das war jetzt einer zu viel. Äh, verdammt, wo ist das Minecart jetzt hingefahren? Eins, zwei, drei, vier. Also hat's nur eine Runde gedreht. Aber wir müssen, ihr seht schon, wir haben jetzt hier mit diesem Hebelschalter eine Ringleitung gebaut. Die müssen wir erstmal unterbrechen. So, unsere vier Minecarts sind noch da. Alle im grünen Bereich. Ähm, wir brauchen aber einen Repeater, noch einen Repeater und auch Fagelschen. Das ist das, was wir jetzt erstmal bauen werden. So, äh, dafür brauchen wir erstmal Stickies. Dann brauchen wir, ähm, vier, fünf. Fünf Fackeln brauchen wir. Bing. Halt, wir brauchen noch eine. Sechs. Aber zwei davon packen wir wieder weg. So, ding, ding. Und, äh, dann, wo sind die Steine? Da sind die Steine. Dann müssen wir nochmal zwei Repeater bauen. Ja, uns geht schon wieder das Redstone aus. Und diese Druckplatte, ach, die muss ich auch endlich mal loswerden. Ich weiß nur noch nicht wo. Äh, hier können wir ganz zumachen. Genauso wie hier. Da hatte ich nämlich den Stein vergessen. Dann kommt hier ein normaler Repeater rein. Hier ein Repeater auf, äh, Stufe vier geschaltet. Und da kommt eine Fagel dran. Ding. Ja. So weit wäre das jetzt erstmal fertig. Jetzt müssen wir dann natürlich noch eine Ansteuerung hier für diese Weiche haben. Und wir müssen hier unten uns doch noch ein bisschen Platz schaffen. Und zwar geht es ja hier raus in diese Richtung. Aber da können wir nicht unendlich weit gehen. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir da schon zu weit sind oder nicht. Auf jeden Fall müssen wir hier unten noch ein bisschen ausleuchten. Das können wir ja auch so keinem anbieten. So, äh, und jetzt kümmern wir uns mal oben um die Ansteuerung dieser lustigen Fackel. Da müssen wir hier eine Weichenschaltung hinbekommen. Und das werden wir jetzt auch machen. So, ding, ding, ding. Denn hier, bing, an die Seite kommt auf Fagelschen. Fagelschen. Dann die Steine raus. Hier raus. Ja, hier sind wir dann schon so weit unten, dass wir hier schon, äh, die Steine gleich mit reinbauen können. Denn auch hier wird es alles, äh, schön gemacht. Halt, das war es jetzt nicht. Oh, blöd, jetzt komme ich an den Stein nicht ran. Das war es dann natürlich auch nicht. So, ähm, ja, worum ich euch noch bitten möchte, bitte schüttet mich jetzt nicht zu mit Anfragen. Auf Servervorstellungen. Also, äh, das mache ich ab und an mache ich es mal. Aber mein, mein Hauptanliegen soll halt auf meinem LP liegen und nicht auf eurer Servervorstellung. Also, da müsst ihr euch andere Werbestrategien für überlegen. Da kann ich dann nicht unbedingt hundertprozentig für zuständig sein für die Servervorstellung. Das wollte ich auch noch mal kurz erwähnt haben. So, äh, Ding, Ding. Und, äh, ja, dann müssen wir uns mal ein bisschen in diese Richtung hier graben. Ich weiß jetzt noch nicht, wie weit. Hm, das ist eine verdammt gute Frage. So, äh, nee, hier sind wir doch gar nicht richtig. Ha! Falsch! Hier müssen wir hin. Oh, ein Wal! So wird ein Schuh draus. Und, ja, wir haben ihn sogar hervorragend getroffen. Ja, dann eine Fackel da, eine Fackel da. Das sollte an B-Leuchtung eigentlich reichen. Ne, die Fackel, die nehmen wir nochmal raus. Da packen wir dann mal das so rein. Ja, das passt auch mit der, mit dem Abbiegen hier. Das passt ja ausgesprochen gut. Ich bin ja begeistert. Also, mit Glück, äh, richtig gebaut. Jo. Ja, dann, äh, die Wände natürlich, ne. Also, Leute, ihr kennt das. Hier darf es nicht aussehen wie Kraut und Rüben. Auch wenn, höchstwahrscheinlich, keiner von euch jemals wieder, wenn er denn die Welt gedownloadet hat, dann hier unten rumkriechen wird. Aber ich mag es halt nicht. Also, Fusch am Bau gibt es bei mir nicht. Und, äh, von daher wird das natürlich hier unten auch schön gemacht. Na, so, jetzt aber. Ja, die Steine werden uns gleich ausgehen. Das ist natürlich ein bisschen unvorteilhaft. Und, äh, so schnell können wir die gar nicht nachbraten. Und wenn ich die falsch setze, dann wird das schon mal gar nicht hinhauen. So, Ding, 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 Ding. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, der Film, hervorragend, gefällt mir sehr gut. Der Hänsel und Gretel. War ich echt erstaunt. Ich hatte erst gedacht, hm, naja, schauen wir mal, wie es so wird. Also, allzu viel hatte ich mir nicht davon erwartet. Aber ich war dann doch positiv überrascht. Also, mir hat er, wie gesagt, sehr gut gefallen. Aber das soll ja noch nichts heißen. Was mir gefällt, das muss ja noch lange keinem anderen gefallen. So, aber meine Bitte an euch, geht einfach ins Kino und schaut ihn euch da an. Es macht keinen Sinn, sich sowas auf dem Fernseher anzugucken oder so. Also, ich mag Kino, muss ich ganz einfach mal so dazu sagen. Und ich finde es grauselig, sich das auf kleinen Fernsehern anzugucken. Da geht, finde ich, das ganze Feeling irgendwie verloren. Also, wenn ich die Möglichkeit habe, ins Kino zu gehen, dann wähle ich natürlich immer. Also, ziehe ich immer das Kino vor, denn das ist schon, das ist ein ganz anderes Kaliber, ob ich den auf einer großen Leinwand sehe oder ob ich den im heimischen Kino dann sehe. So, haben wir jetzt aber genügend Werbung hier für die Kinoindustrie gemacht. Aber es ist ja auch verdient. Also, es kommen ja auch gute Filme raus. Von den Raubkopien erhalte ich übrigens exakt nada. Das ist, weiß ich nicht, also das ist überhaupt nicht mein Fall. Da würde ich lieber warten, bis das Ding dann irgendwann mal käuflich zu erwerben ist. Aber ich habe da sowieso ein anderes Verhältnis zu. Das ist ganz einfach so. Ich mag, also ich habe auch nur Original-Spiele und nur Original-Programme. Ich besitze keinerlei Raubkopien. Ich weiß nicht, ob das vielleicht an meiner Generation liegt oder so. Aber dieses Kostenlos und auf Kosten anderer, das ist mir irgendwie so ein bisschen, ja, fremdfern. Weiß ich nicht. Das ist, wenn ich mir was nicht leisten kann, dann habe ich das einfach nicht. Dann besorge ich mir das auch nicht auf Umwegen, illegal oder so. Dann kann ich das halt einfach nicht nutzen. So einfach ist das. So einfach kann manchmal die Welt sein. Jedenfalls bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Ich sage erstmal Tschüss. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Macht's erstmal gut. Vielen Dank.